Das sind alle Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe und ob du sie auch lesen solltest. Nein. 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 Ja. 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 Dreimal ja. Oh ja. Ja. Zu 100%. Ja. Nein. Äh. Ja. Nein. Safe. Ja. Oh ja. Ja. Yes. Definitiv. Schadet nicht. Definitiv nicht. Nein. Ja. Ja, aber man kann nach der Hälfte aufhören. Wenn man Psychologie interessant findet, dann ja. Kommt echt auf die Person drauf an. Nein. Muss nicht sein. Nein. Ja. Wenn dich das Thema interessiert, dann ja. Für Jüngere ja, für Ältere nein. Ja. Nein. Nein. Absolut. Kann man machen. Oh ja. Ja. Wenn du Durchhaltevermögen hast, dann ja. Oh ja. 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 Ja, aber der Film dazu ist besser. Ja. Ja. Auch wenn es nicht schön geschrieben ist, ja. Und ein absolut 120%iges Ja.